Musik Wenn ich es nicht erlebt hätte, hätte ich es nicht geglaubt. Musik Die Leute sind sehr aufgeschlossen und es macht sehr viel Spaß hier zu stehen, mit den Leuten zu reden. Musik Also Leute, heute haben wir uns folgendes Ziel gesetzt. Wir wollen gucken, wie viele Leute können wir in 24 Stunden aktivieren und für die Briefe gewinnen. Aber in jedem Fall wollen wir einfach mal testen, wie viel kann man mit einer engagierten Aktivistinnen- und Aktivistengruppe in 24 Stunden, wie viele andere Menschen kann man dazu begeistern, bei der Linken mitzumachen. Da wir kurz vor der heißen Wahlkampfphase stehen, da wir zurzeit eine hochmotivierte Partei haben nach den Wahlergebnissen vom Sonntag und da viele Leute sich dieses Video angucken könnten, die in der Partei aktiv sind, wollen wir auch andere inspirieren, das auch mal in 24 Stunden uns nachzutun. Und wer uns schlägt, kriegt von uns ein Wodka ausgegeben. Oder ein Kasten Bier. Oder ein Kasten Bier. Machen Das ist eine Bürgerkricht! Danke! Hallo! Wenn jetzt anderthalb Stunden hier, haben sechs Leute gefunden, die gesagt haben, dass sie Lust haben, die Linke im Wahlkampf aktiv zu unterstützen. Die Stimmung ist total gut und das macht doch nichts jetzt auf morgen. 20 Stunden Neukölln, zweite Station. Es ist jetzt 8 Uhr morgens, wir sind vor dem Jobcenter. Wie lief es bisher so? Ihr seid schon eine Weile hier. Es lief bisher sehr gut. Ich hatte drei Gespräche, habe drei Leute aktiviert. Ich habe immer mit der Partei geliebäugelt aufgeteilt. Das war am Samstag Hermannstraße vor dem S-Bahnhof. Da war euer Stand. Wir haben uns kurz unterhalten. Sie gab mir die Adresse von eurem Parteibüro. Und dann habe ich mich entschlossen, jetzt musst du mal konkret was machen. Trittst du ein. Habe ich auch am Montag gemacht. Am Dienstag nette Leute beim Arbeitslösenfrühstück kennengelernt. Und jetzt bin ich halt einfach dabei und will auch aktiv mitmachen. Ja, also wir waren jetzt hier anderthalb Stunden vor dem Jobcenter Neukölln. Hier ist eine riesen Schlange. Die Leute sind total sauer, sind unzufrieden, finden das scheiße, dass die Reichen immer reicher werden und die Armen immer ärmer. Und zehn Leute haben sich jetzt hier aktiviert, um mit der Linken in Kontakt zu bleiben, um an Aktionen teilzunehmen und um eingeladen zu werden zu Veranstaltungen, um selbst aktiv zu werden. Wir haben gesagt, wir machen ganz viele Aktionen und da können sie mitmachen. Wir stehen hier gerade auf dem Hermannplatz in Neukölln. Und wir haben jetzt hier anderthalb Stunden Infostand gemacht und Material verteilt. Wir haben insgesamt fünf Leute hier aktiviert auf dem Wochenmarkt. Die Stimmung war total gut. Die Leute sind auch auf uns von selbst sogar zugekommen. Wir sind richtig viel Material losgeworden. Und was hier auch nochmal extrem gut gezogen ist, sind unsere Forderungen zu Hartz IV abwählen und den Reichtum besteuern. Genau, es war ein erfolgreicher Tag hier auf dem Wochenmarkt. Genau, wir fahren nämlich jetzt zum Maiba-Hufer, dort beim Markt. Um 0 Uhr wurde vorne an der Ankerklausel schon Aktivierungen betrieben und sogar sechs Leute aktiviert heute Nacht. Heute früh um sieben ging es dann weiter vom Jobcenter mit zehn Aktivierungen. Und dann waren wir auf dem Hermannplatz und haben nochmal fünf Leute aktiviert. Also wir sind jetzt bei 21 Aktivierungen. Ich bin gerade über die Straße gegangen. Da hat mir jemand hinterher gerufen. Du bist von der Linken. Das ist sehr gut. Ich unterstütze das. Und ich habe mich sofort umgedreht. Ja, ich bin vom Café Jacques. Und da habe ich gedacht, man kann ja auch Cafés akquirieren als Linksaktivisten, nicht nur Menschen. Und er hat gesagt natürlich, bei ihm hängt ganz groß Che Guevara über der Kneipe. Wahrscheinlich nicht die einzige Kneipe in Berlin. Und er hat mir jetzt ausgefüllt, dass er 50 Zeitungen bei sich in der Kneipe auslegen will. Und er wünscht uns, das hat er ganz laut über den Platz gerufen, 25 Prozent. Das finde ich ist eine gute Prognose. Ja, also wir sind jetzt ungefähr seit drei, vier Stunden hier auch am Maybach-Ufer schon gewesen. Und es läuft eigentlich ziemlich gut. Gerade bei den Briefwählern hatten wir gerade noch mal einen richtigen Schwung. Wir haben jetzt schon insgesamt am heutigen Tag knapp 20 Leute sozusagen direkt für die Briefe registriert. Stand der Aktivierung aktuell ist 25 über den ganzen Tag. Und ja, jetzt sind wir ja noch ein, zwei Stunden hier und machen danach noch die Kneipentour. Stand der Aktivierung. Vielen Dank.